Stell dir mal vor, du buchst dir ein Coaching für 7.000 Euro und das ist dann nix. Aua. Tja, was sich anhört wie ein sehr schlechter Traum, das ist mir Anfang 2022 tatsächlich selbst passiert und zwar habe ich mir damals ein YouTube Coaching für sage und schreibe 7.000 Euro gebucht, das sich dann als nicht, ja wie soll ich es formulieren, zielführend herausgestellt hat. Die 7.000 Euro habe ich dann damit in den Sand gesetzt und ich habe mich danach natürlich gefragt, sag mal, wie konnte das denn passieren? Damit herzlich willkommen zum Secrets of Sale Podcast und ich möchte dir in dieser Folge einmal eine Formel zeigen, die ich damals dann nach diesem Coaching entwickelt habe, um sowohl mich als auch meine Klienten vor schlechten Coachings zu bewahren. Denn es ist ja so, dass viele Menschen erkannt haben, dass es sinnvoll sein kann, sich jemanden zu suchen, der einem dabei hilft, die eigenen Ziele, Wünsche oder auch Träume endlich Realität werden zu lassen. Und Fakt ist ja auch, dass ein gutes Coaching kein Geld kostet. Ja, das bringt ja viel mehr Geld. Einzige Bedingung ist, es muss auch wirklich gut sein und zu deiner Persönlichkeit und natürlich auch zu deiner aktuellen Situation oder zu deiner Herausforderung passen. Der Coaching-Markt, der hat das natürlich unlängst erkannt, dass da sehr viel Geld zu verdienen ist. Dementsprechend schießen Coaches, Berater wie Pilze aus dem Boden ja kaum ein Bereich. Der hat derartiges Wachstumspotenzial wie der Coaching, Beratung oder Mentoring-Bereich. Und es ist ja leider auch so, dass sich jeder Mensch, der glaubt, der hat eine Expertise, egal ob derjenige jetzt drei Monate erst unterwegs ist oder 30 Jahre, Coach oder Trainer nennen darf. Die Berufsbezeichnung ist nicht geschützt, ja, und so tummeln sich dann auch allerhand schwarze Schafe, das ist eigentlich eine ganze Herde in dem Bereich. Und jetzt ist natürlich die Frage, wenn du selbst geplant hast, dir ein Coaching auszusuchen, dann solltest du vielleicht so ein, zwei Dinge beachten, bevor du dich dafür entscheidest. Denn ansonsten versenkst du sehr viel Geld, so wie es mir gegangen ist. Und ich kann jetzt nicht von mir behaupten, dass ich nicht auch geprüft hätte. Also ich war keinesfalls blauäugig, aber ich bin trotzdem drauf reingefallen. Und die meisten Menschen, die sich ein Coaching aussuchen, ja, die entscheiden das so nach so Gründen wie Sympathie, ist mir der Coach sympathisch oder wie sind die Bewertungen der anderen Teilnehmer, wie ist das Kundenversprechen, also was wird mir da versprochen, was habe ich als Nutzen dann davon. Und ganz, ganz viel leider auch ist Bauchgefühl mit dem Spiel. Und das sind natürlich auch wichtige Bestandteile, die man unbedingt beachten sollte, wenn man sich für ein Coaching entscheidet. Ja, und ich habe das natürlich auch gemacht. Bedauerlicherweise war es eine krasse Fehlentscheidung, ja, die mich 7000 Euro gekostet hat und die mich nicht nur nicht weitergebracht hat, sondern mich sogar noch zurückgeworfen hat, weil ich verunsichert war, weil ich auf einmal Themen dort gelernt hatte, die ja eigentlich mich eher verwirrt hatten, als dass sie mir geholfen haben, weil das Coaching eben nicht individuell genug war. Und der Coach hielt nicht, was er versprach. Die Bewertungen der anderen Teilnehmer, das wurde mir aber erst später klar, die waren zwar gut, deswegen habe ich mich darauf auch gestützt, aber die nutzten mir nichts, weil sie aus einem anderen Bereich kamen, als ich beispielsweise. Nochmal, das Coaching war nicht individuell genug, um das abzufangen. Jetzt habe ich mir nach dieser Erfahrung Gedanken gemacht, wie kann ich in Zukunft herausfinden, ob ich in die richtige Person und in das richtige Coaching investiere. Nur wenn ein Angebot, das mein Anliegen ja lösen soll, alle die Kriterien erfüllt, dann entscheide ich mich dafür. Und wie eingangs schon erwähnt, nenne ich diese Formel oder auch, du kannst es auch nennen, Checkliste, die Star-Formel. Und diese Formel, die findest du auch in meinem Buch, Secrets of Sale, das kannst du dir gerne auf Amazon oder meine Webseite www.uwebote.de bestellen. Und die Star-Formel beinhaltet fünf Fragen, die ich mir in Bezug auf den Coach oder auf das Angebot, das ich mir anschaue, immer beantworte. Und das sind zum einen, erstens, ist die Person selbst schon dort, wo ich hin möchte? Wenn ich Millionär werden will, dann frage ich einen Millionär und keinen Bankberater, denn davon sind die wenigsten Selbstmillionäre. Als zweites ist die Person authentisch und lebt selbst auch das, was sie lehrt. Predigt mir jemand, dass Zuverlässigkeit wichtig ist und komme dann dauernd zu spät zum Termin oder zu einer Zoom-Konferenz, dann sollte man hellhörig werden. Als drittes kann die Person beweisen, dass das Coaching auch funktioniert. Also welche Art von Testimonials gibt es? In meinem Fall war es so, ich bin Verkaufstrainer, will meinen YouTube-Kanal aufbauen und in meiner Gruppe, in dem gleichen Coaching, wo wir uns dann zu den wöchentlichen Live-Calls getroffen haben, waren lauter leichtgläubige Menschen. Zum Beispiel einer war Geistheiler, der mit Toten spricht. Achte dann darauf, woher kommen diese Testimonials? Was machen die? Machen die das Gleiche wie du oder ist das vergleichbar oder ist das ein anderer Bereich, wo wirklich dann so Menschen unterwegs sind, die wirklich auf alles reinfallen? Als nächsten Punkt, ganz, ganz wichtig, besitzt die Person auch die Fähigkeit, andere ans Ziel zu bringen und nicht nur sich selbst. Das ist der wohl wichtigste Punkt. Die Fähigkeit, andere Menschen auch ans Ziel zu bringen, das ist ja im Prinzip so, nur weil jetzt jemand vielleicht den Mount Everest selbst erklommen hat, heißt das ja noch lange nicht, dass er auch andere damit hinbringen kann. Ja, deswegen achte da drauf. Schau mal, kann diese Person überhaupt, sofern du das gut einschätzen kannst, dich auch an dein Ziel bringen? Nur weil der jetzt selber 100.000 Abonnenten bei YouTube hatte, schafft er das dann auch bei mir? Das war so die Frage. Und natürlich auch last but not least, ist mir die Person auch sympathisch. Denn ganz ehrlich, wenn du mehrere Monate mit einem Menschen zusammenarbeiten sollst und du magst die Person nicht, dann wird das vielleicht schwer. Ja, Menschen, die wir nicht mögen, denen vertrauen wir auch schwerer oder auch vielleicht gar nicht. Und falls du selbst Coach oder Trainer bist, dann dreh die Merkmale auch gerne mal um. Prüfe, wenn du Erstgespräche führst, ob jemand, der deine Hilfe möchte, auch zu dir passt und ob du ihm auch wirklich weiterhelfen kannst. Ja, alles andere, das wäre unseriös und ein falsches Kundenversprechen, nur um vielleicht ein paar Euro mehr Umsatz zu machen. Und das, ja, weiß nicht, ob das dann so gut ist. Also Karma, das spielt ja auch immer noch so eine Rolle. Also ich frage mich immer, wenn ich Erstgespräche führe, wo steht der Mensch aktuell? Wo steht er gerade? Ja, ist die Person wirklich bereit für Veränderung? Kann sie glaubhaft versichern, dass sie dein Coaching auch umsetzen wird? Und bringt die Person auch alles mit, damit du sie auch ans Ziel bringen kannst? Also nicht nur ein bisschen Geld, sondern auch vor allem Zeit für die Umsetzung. Ja, ist dir der Mensch sympathisch? Passt er oder sie auch in die Gruppe der anderen Teilnehmer? Das sind alles Fragen, die ich mir zu Beginn stelle, wenn jemand sich bei mir ins Mentoring bewirbt oder für eine Zusammenarbeit eben ein Erstgespräch bucht, damit ich herausfinde, kann ich dieser Person zum einen helfen, will ich ihr vielleicht auch helfen? Und passt sie auch zu den anderen Menschen, die ich in der Gruppe habe, weil auch dafür trage ich Verantwortung? Und nur wenn diese Punkte für beide Seiten klar sind, dann kann ein Coaching aus meiner Sicht den Zweck erfüllen, für den es ja dann auch gedacht ist. Mit der Star-Formel hast du jetzt ein bisschen mehr Sicherheit bei der Auswahl deines Coaches oder auch vielleicht, wenn du selbst Coach oder Trainer bist, bei der Auswahl deiner Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Und falls du selbst jetzt nach einem Verkaufstraining suchst, mit dem du mehr Neukunden gewinnst, dann vereinbare gerne ein kostenloses Gespräch mit mir über uwebote.de und wir finden dann gemeinsam heraus, ob diese Punkte auch auf uns beide zutreffen. Und falls du Fragen oder Anregungen hast, dann hinterlass mir doch gerne einen Kommentar. Abonnier auch gerne den Podcast. Jeden Dienstag, 5 Uhr morgens, ganz frisch am Start. In diesem Sinne, alles Gute, viel Erfolg und noch eine angenehme Woche dir. Bis dann, dein Uwe. Das war Secrets of Safe, der Podcast von Uwe Bote. Wenn dir diese Sendung gefallen hat, dann folge und bewerte uns sehr gerne. Vielen Dank. Vielen Dank.